Commerzbank oder Comdirect – Welches Girokonto ist besser? In diesem Video stellen wir dir die Konditionen der beiden Konten vor, die jeweils ohne Kontoführungsgebühr geführt werden können. Das Commerzbank Basic und das Comdirect-Aktiv-Girokonto. Wir zeigen dir die Vorteile, aber auch die Nachteile beider Kontoangebote und sagen dir am Ende, welches Konto das bessere für dich ist. Außerdem zeigen wir dir kostenlose Zusatzangebote, mit denen du dein Konto noch besser machst. Herzlich Willkommen bei Geldrat! Wenn dir das Video gefällt, würden wir uns sehr über einen Like von dir freuen. Vielen Dank! Zum 2. November 2020 wurde die einstige Online-Tochter Comdirect Bank AG in die Commerzbank AG aufgenommen und der Name Comdirect wird als Marke weitergeführt. Der Vergleich zwischen dem Comdirect und dem Commerzbank-Konto ist besonders interessant, weil beide von der gleichen Bank kommen. Legen wir los! Das Commerzbank und das Comdirect-Konto im Vergleich 1. Die Kontoführungsgebühren und wie du sie vermeidest Das Girokonto Basic der Commerzbank wird kostenlos geführt, wenn du einen monatlichen Mindestgeldergang von 700 Euro sicherstellen kannst und nur die Banking-Automaten, aber nicht die Schalter in den Filialen nutzt. Es muss sich nicht um einen Gehalts- oder Renteneingang handeln. Ohne den regelmäßigen Geldeingang werden 9,90 Euro je Monat berechnet. Beim Comdirect-Aktiv-Girokonto kannst du die Kontoführungsgebühr auf verschiedene Arten vermeiden. Du musst lediglich eine der folgenden Bedingungen erfüllen. Du stellst einen monatlichen Mindestgeldergang von 700 Euro sicher, es muss auch hier kein Gehalt oder ähnliches sein, oder du nutzt mindestens dreimal monatlich Apple Pay oder Google Pay, zum Beispiel beim Einkauf im Supermarkt, oder du hast einen Trade- oder eine Wertpapiersparplan-Ausführung pro Monat auf einem Comdirect-Depot. Bist du unter 28 Jahre alt und Auszubildender, Schüler oder Student, ist die Kontoführung auch ohne die Erfüllung einer der Bedingungen kostenlos. Erfüllst du keine der Bedingungen, werden monatlich 4,90 Euro berechnet. 2. Startguthaben Die Commerzbank bietet aktuell eine Willkommensbonus-Aktion, bei der du 50 Euro bekommen kannst. Beim Comdirect-Konto gibt es aktuell keine Startguthaben-Aktion. Startguthaben-Aktionen können sich schnell ändern. Unter den Links unter dem Video siehst du, ob es eine gibt, wenn du das Video schaust. 3. Welche Karten gibt es? Das Commerzbank-Giro-Konto bietet dir in der kostenlosen Version eine virtuelle Mastercard. Du kannst sie problemlos zum Online-Shopping benutzen. Auch außerhalb des Internets kannst du mit ihr bezahlen. Die virtuelle Debit-Karte kann nämlich mit Google Pay und Apple Pay genutzt werden. Damit kannst du dein Smartphone oder deine Smartwatch ganz einfach zum kontaktlosen bezahlenden Restaurants, Geschäften oder bei Dienstleistern nutzen. Die virtuelle Karte ist eine Debit-Karte. Zahlungen werden also zeitnah vom Giro-Konto abgebucht. Außerdem erhältst du mit dem Commerzbank-Konto eine kostenlose Giro-Karte. Auf Wunsch kannst du auch eine echte Kreditkarte mit monatlicher Abrechnung zum Konto bestellen. Dabei kannst du zwischen Mastercard und Visa wählen. Die Jahresgebühr beträgt 39,90 Euro. Beim Comdirect-Konto erhältst du eine Visa-Debit-Karte ohne Jahresgebühr. Für 1 Euro im Monat kannst du auf Wunsch eine Giro-Karte dazu bestellen. Auch eine Visa-Kreditkarte ist dazu bestellbar. Sie kostet 1,90 Euro je Monat, also 22,80 Euro pro Jahr. 4. Geld abheben Mit der Commerzbank-Giro-Karte kannst du deutschlandweit an allen Cash-Coup-Automaten Gebührenfreigeld abheben. Dazu gehören alle Geldautomaten der Commerzbank, der Postbank, der Deutschen Bank sowie der Hypo-Vereinsbank. In Ländern mit Euro-Währung werden beim Geldabheben 1% der abgehobenen Summe, aber mindestens 5,98 Euro berechnet. Mit der Kreditkarte sind es sogar 1,95% und ebenfalls mindestens 5,98 Euro. Außerhalb der Eurozone fallen zusätzlich 1,75% Fremdwährungsgebühren an. Beim Comdirect-Aktivkonto sind Bargeldabhebungen mit der Visa-Debitkarte dreimal monatlich weltweit an allen Visa-Automaten kostenlos. Jede weitere Abhebung kostet 4,90 Euro. Hast du die Giro-Karte für 1 Euro monatlich dazu gebucht, kannst du mit ihr unbegrenzt oft an den Automaten der Commerzbank, der Deutschen Bank, der Postbank und der Hypo-Vereinsbank kostenlos Geld abheben. Außerdem kannst du mit der Comdirect-App in rund 12.000 Einzelhandelsgeschäften kostenlos Geld auszahlen lassen. Beachte aber, einige Automatenbetreiber im Ausland berechnen eigene Gebühren für die Nutzung ihrer Automaten. Sehr verbreitet ist das beispielsweise in den USA. Da die eigene Bank keinen Einfluss darauf hat, werden diese Gebühren nicht erstattet. 5. Kartenzahlungen Zahlungen mit der Commerzbank Girocard sind in Deutschland gratis. Mit der virtuellen Debitkarte sind Kartenzahlungen in Deutschland und allen Ländern mit dem Euro als Landeswährung kostenlos. In Fremdwährungen werden hier Gebühren in Höhe von 1% berechnet. Falls du dich für die Kreditkarte bei der Commerzbank zum Jahrespreis von 39,90 Euro entscheidest, sind Kartenzahlungen in Ländern mit dem Euro als Landeswährung damit ebenfalls gratis. In Ländern mit einer anderen Währung als dem Euro fallen 1,75% Fremdwährungsgebühren an. Ausnahmen sind Schweden und Rumänien. Für die Nutzung der Comdirect-Visa-Karte zum bargeldlosen Bezahlen in der Eurozone werden ebenfalls keine Gebühren berechnet. In anderen Währungen fällt eine Fremdwährungsgebühr von 1,75% an. Entscheidest du dich für die kostenpflichtige Girocard, kannst du mit ihr in Deutschland kostenlos zahlen. Zum bargeldlosen Bezahlen mit einem Smartphone oder einer Smartwatch lassen sich bei beiden Banken Google Pay und Apple Pay nutzen. 6. Wie hoch ist der Zins für den Dispo-Kredit? Bei der Commerzbank beträgt der Dispo-Zins aktuell 12,2% per annum. Beim Comdirect-Girokonto beträgt der Zinssatz für den Dispo-Kredit 10,5% per annum. 7. Wo kannst du Bargeld einzahlen? Mit dem Commerzbank-Girokonto kannst du an allen Commerzbank-Automaten unbeschränkt oft kostenlos Bargeld einzahlen. Als Inhaber des Comdirect-Kontos stehen dir die Filialen der Commerzbank dreimal pro Jahr für kostenlose Einzahlungen zur Verfügung. Für darüber hinausgehende Einzahlungen wird eine Gebühr von jeweils 2,90 Euro berechnet. Eine Ausnahme bildet die Commerzbank-Filiale in Norderstedt, die unbegrenzt kostenfreie Einzahlungen für Comdirect-Konten ermöglicht. 8. Echtzeitüberweisungen Ausgehende SEPA-Instant-Payments kosten bei der Commerzbank 1,50 Euro je Ausführung. Der Empfang ist kostenlos. Beim Comdirect-Aktivkonto kosten ausgehende Echtzeitüberweisungen 1 Euro je Ausführung. Eingehende Echtzeitüberweisungen sind kostenlos. Normale Überweisungen, die 1-2 Tage dauern, sind bei beiden Konten gebührenfrei. Commerzbank oder Comdirect – welches Konto ist besser? Nach unserer Meinung ist das Comdirect-Aktiv-Girokonto das bessere Konto, da es dir mehr Flexibilität bei der kostenlosen Kontoführung bietet. Die Kontoführungsgebühren kannst du hier nämlich nicht nur durch einen monatlichen Mindestgeldergang von 700 Euro vermeiden, sondern alternativ auch ganz einfach, wenn du zum Beispiel 3x im Monat dein Smartphone zum Bezahlen in Supermärkten, Tankstellen oder bei anderen Zahlungen einsetzt. Bargeld-Einzahlungen sind 3x im Jahr kostenlos möglich. Wenn die 700 Euro Mindestgeldergang kein Problem für dich sind, dann kann das Commerzbank-Konto die bessere Wahl für dich sein. Hier hast du dann ebenfalls eine kostenlose Kontoführung und gegenüber dem Comdirect-Konto zwei Vorteile. Erstens, du bekommst eine kostenlose Girokarte, die in Deutschland aktuell noch die am meisten akzeptierte Zahlkarte ist. Und zweitens, du kannst unbegrenzt oft Bargeld an den Automaten in den Filialen der Commerzbank einzahlen. Egal für welches Konto du dich entscheidest, empfehlen wir dir noch die kontounabhängige Bank Norwegian Visa-Karte. Sie kommt kostenlos. Das heißt, es werden keine monatlichen oder jährlichen Gebühren berechnet. Mit ihr kannst du im In- und Ausland beliebig oft kostenlos Geld abheben und bezahlen. Es gibt keine Auslandseinsatz- und keine Fremdwährungsgebühren. Außerdem kann sie, da sie eine echte Kreditkarte ist, problemlos bei Autovermietungen und in Hotels eingesetzt werden. Mit Debitkarten kann es dort manchmal zu Problemen kommen. Die Bank Norwegian-Karte verlinken wir dir, wie auch die beiden Konten, unter dem Video. Wir hoffen, dir hat das Video Commerzbank oder Comdirect, welches Konto ist das beste, gefallen. Wenn ja, dann würden wir uns über einen Daumen hoch freuen. Du hast noch Fragen? Schreib uns einfach in den Kommentaren. Wir beantworten sie gern. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald!